Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Heute ist Sonntag und es gibt natürlich wieder ein neues Video. Ihr seht schon, ich rühre das Epoxy Tarts an. Ich liebe es, schaue immer wieder mal, was kann man schönes noch machen. Der eine wird jetzt sagen, ist ja bloß gießen und ich finde es trotzdem schön, man muss unglaublich dolle auch hinschauen, was macht man, wie macht man es und dementsprechend habe ich mir, gibt es Silikonformen und da ich ja so ein Ostsee-Typ bin, so ein maritimer Mensch, deren habe ich mir Leuchttürme geholt. Und ein Anker. Ich kann schon spoilern, ich finde die Ergebnisse wunderschön und dann habe ich noch eine Form, wo ich jetzt immer in Zukunft die Reste reinmachen werde, weil ich eine Idee habe, was ich eben aus diesem dann mache und das ist nämlich eine Silikonform mit Herzen. Die habe ich von einer lieben Freundin bekommen und die werde ich also, wie gesagt, jetzt erstmal für die Reste immer nutzen, damit ich ganz viele Herzen habe und dann mit denen etwas Neues zauber. Und ja, dementsprechend hat sie es natürlich angeboten und ich habe jetzt, wie gesagt, das Ganze im maritimen Style gemacht, habe mit Blau und Weiß gearbeitet, mit zwei unterschiedlichen Weißtönen würde ich jetzt gar nicht sagen. Bei dem einen ist mehr Schimmer drin, das andere ist eine Paste, die ja immer sehr, ich nenne es jetzt mal wuchtig, ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Dann habe ich meine, wie heißen die jetzt, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die einen sehr schönen Schimmer haben. Mir fällt es tatsache nicht ein, mir fällt es bestimmt später wieder ein. Genau, und da habe ich unterschiedliche Blautöne auch genommen und fand die Kombination wirklich sehr, sehr schön und die habe ich dann dementsprechend auch so angerührt. Und da haben jetzt auch diese kleinen Becher so ein bisschen gereicht, also ich hatte jetzt nicht extrem viel Harz dafür benötigt und war jetzt wirklich relativ entspannt. Und eben auch so mit den ganzen, ihr solltet, ich kann es nochmal ganz kurz zusammenfassen, bitte immer mit Handschuhen arbeiten, mit einer Maske, da genau erkundig machen, welche ihr euch dann kauft, damit das funktioniert. Dann eben die Handschuhe unbedingt nutzen. Ich sehe immer wieder, welche, die ohne Handschuhe arbeiten, ist nicht richtig, ist einfach für die Haut auch sehr schädlich. Und ja, ich nutze oft diese Plastikbecher, beziehungsweise Pappbecher, die nutze ich aber auch wesentlich öfter und lasse die dann immer sehr gut durchhärten, damit ich sie wieder nutzen kann. Und wenn sie irgendwann für mich jetzt so gar nicht mehr zu gebrauchen sind, dann lasse ich sie, tatsache, schmeiße ich sie weg. Ähnlich ist es mit den Holzstäbchen, lasse ich eben auch wirklich aushärten und stelle die halt immer gleich mit dazu, wenn ich die fertigen Sachen habe. Und nutze die dann immer wieder öfter. Und bei den kleinen Töpfchenfarben immer ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig an Farbe ist. Zu viel kann einfach auch so ein bisschen das Pulver nach oben tragen und das sieht dann nicht mehr ganz so schön aus. Also da so ein bisschen schauen. Und beim Epoxid selber sind ja zwei Komponenten. Dort halt einfach so ein bisschen drauf achten, dass ihr wirklich das Ganze gut vermengt und das Ganze dann eben nicht Gefahr läuft, dann einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig, das sieht gut aus. Und dann härtet das Ganze nämlich nicht aus. Also auch da, ich setze mir in der Regel, je nachdem wie viel Harz ich dann habe, zwischen drei bis fünf Minuten. Es gibt auch Momente, wo ich fast zehn Minuten rühre, einfach falls eine große Menge an Harz ist. Und hier habe ich in Schichten gegossen. Das heißt, die Blautöne zuerst mal im Wechsel. Dann habe ich eine Runde Klar mit dazu gemischt und halt eben dann das wunderschöne Weiß. Ich finde, es hat eine wunderschöne Konsistenz auch gehabt, also wo ich jetzt wirklich so ein bisschen schauen konnte. Und wie gesagt, ich mag das Ergebnis, das kann ich schon vorwegnehmen. Und ja, das sind die zwei Leuchttürme, die ich da gemacht habe. Jetzt kommt gleich noch der Anker. Hier mache ich mit dem Feuerzeug so ein bisschen die Blasen weg. Das habe ich übrigens, was ich dann natürlich nicht mehr mitgefilmt habe, habe ich auch immer wieder nochmal, wenn ich dort vorbeigegangen bin, nochmal nachjustiert und dort versucht, die Bläschen wegzumachen. Einfach, weil die immer wieder von unten nach oben auch steigen. Hier haben wir den wunderschönen Anker. Ich mag ihn sehr. Und habe es nicht bereut, den so zu kaufen. Ich glaube, ich werde auch mit dem Anker nochmal Sachen probieren. Ich warte noch auf eine andere Silikonform, mit der ich das, glaube ich, dann zusammen machen möchte. Aber da muss ich nochmal schauen, wenn ich die Form vor mir habe. Weil manchmal täuscht das so ein bisschen, wenn man es kauft. Ich bin jemand, der nicht unbedingt immer die Größenverhältnisse so gut einschätzen kann. Und mir fällt es übrigens gerade ein, das sind die Chamäleonfarben. Also genau, die Chamäleonfarben, ich kann die wirklich nur so empfehlen. Die haben so einen wunderschönen Schimmer. Ich liebe es wirklich sehr und freue mich da eigentlich jedes Mal, wenn ich die nutze. Ich hätte immer gerne noch andere Farben. Da muss ich nochmal schauen, ob es vor den Chamäleonfarben eben auch ein hübsches Gelb gibt oder ähnliches. Also da wäre natürlich schön, wenn es sowas dann auch noch gibt. Aber ich schaue immer wieder mal und lasse mich da so ein bisschen überraschen. Ja, und der Anker, der hat sich nur ein bisschen schwierig gemacht, weil natürlich die Einschlüsse oder die Lücken, wo man es reingießt, sehr schmal sind. Da musste ich so ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, auch das Ergebnis finde ich persönlich sehr, sehr schön und liebe es sehr. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne, was ich gerne mal für euch an Bastelsachen ausprobieren möchte. Ich habe ein, zwei Sachen noch in petto, die ich gerne machen möchte. Da muss ich mir nur die nötigen Sachen dazu auch zusammenlegen und dann mal schauen. Aber ansonsten schreibt es mir gerne rein. Ich freue mich über Ideen, wo ihr sagt, Mensch, ich traue mich da selber nicht ran. Zeig mal, wie es geht. Ich bin, wie gesagt, kein Profi. Ich teste mich da selber immer aus und kann natürlich vielleicht für euch dann schon Fehler rauspicken, die ihr dann vielleicht nicht mehr macht. Und wie gesagt, auch wenn jemand, es gibt ja ganz viele, die immer sagen, boah, das ist so leicht, dieses Diaby. Und wenn ich es dann mache und denke ich, what? Nein, ganz sicher nicht leicht. Kommt es natürlich immer auf die Talente so ein bisschen noch darauf an, aber theoretisch ist nicht jedes Diaby, nur weil es leicht aussieht, auch leicht. Und dementsprechend, also dann so ein bisschen würde ich es für euch testen, wenn ihr da eine Idee habt. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt oder ein Abo, wenn da irgendwie ihr gerne meine Videos nicht verpassen wollt. Ich mache Bastelvideos und, aber ich bin auch ein Musikfan. und dementsprechend mache ich da natürlich auch meine Videos mit Musik. Und genau, also wer diese Kombination ganz gut findet oder einfach dann wegklicken, wenn ihr lieber Musikvideos seht, aber die Bastelvideos nicht, dann ist das auch okay. Ich bin da relativ entspannt und wie gesagt, viel mache ich tatsache auch für mich, weil ich eben sehen will, was, wie habe ich es mal gemacht und wie kann ich mich da am besten durchwurschtillen. Und dann kann ich immer, wenn ich es nochmal machen möchte, auch nochmal schauen. Und dadurch, ja, also ist wie gesagt für mich, ich freue mich, wenn wir einfach größer werden und eben uns auch dementsprechend austauschen. Ich kriege immer wieder mal Kommentare, gerade viel die älteren Videos, die ich so habe, ob sie jetzt das Kerzen gießen, Seife gießen und so eine Sachen. Acrylic-Poring gibt es ganz viele Sachen, wo ich immer wieder Kommentare kriege und ich freue mich darüber sehr. Und ja, dementsprechend freue ich mich, wenn ihr dazu stoßt. Ja, hier mache ich meine Herzchen übrigens. Das sind, wie gesagt, die Reste. Da kann man einfach reinmachen, was man will, wie man will. Die Ergebnisse sehen in der Regel irgendwie gerade in so einer kleinen Form immer sehr, sehr niedlich aus. Und ja, und jetzt kriegt ihr natürlich noch die Ergebnisse. Das Ausformen war übrigens gerade bei den Leuchttürmen sehr, sehr schwierig. Ich bin da aber auch kein großes Talent drin, habe sie aber rausbekommen und dementsprechend lasst euch überraschen, wie ihr sie dann findet. Ich schreibe es gerne auch in die Kommentare. Ich finde sie wunderschön. Sie haben so einen wunderschönen Verlauf, so ein Stück weit. Wie gesagt, auch den Anker finde ich sehr, sehr schön und dementsprechend hoffe ich. Ja, und hier sieht er mich dann so nach und nach alles aus den Formen holen. Und wie gesagt, ich mag die Herzen sehr. Die haben einen unglaublich schönen Glanz auch bekommen von der Silikonform. Es gibt ja mal unterschiedliche Silikonformen. Manche machen den Matten, so ein mattenes Finish. Das andere macht eben eher das glänzende Finish. Ich bin so ein bisschen manchmal zwiegespalten, was ich jetzt schöner finde. Irgendwo finde ich beides schön. Und ja, hier seht ihr, wie gesagt, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich will mir die Silikonform ja nicht kaputt machen. Ich will mir meine Hände nicht kaputt machen. Ja, das heißt, da ist dann immer so ein bisschen Struggle dran. Das zweite habe ich fast ein bisschen besser rausgekriegt. Aber ich wollte es euch zumindest zeigen, dass ihr seht, okay, es geht auch, dass es immer schwieriger ist. Und wie gesagt, ich bin ja ein Fan von, ich zeige die Sachen so, wie sie sind. Ich schneide deswegen jetzt nicht irgendwas raus. Falls euch das irgendwann so ein bisschen doof ist irgendwie, dann sagt es gerne Bescheid. Dann gucke ich, ob ich es ein bisschen wegkürze. Aber wie gesagt, ich bin ja immer ein Fan. Es gibt ganz oft Videos, die ich sehe, wo ich denke, da fehlt doch was. Was ist dazwischen passiert? Warum wird das nicht mitgezeigt? Mir fehlt es irgendwie zum Verstehen. Und klar, das Ausformen ist jetzt nichts, was man jetzt groß verstehen muss. Aber manchmal braucht man vielleicht auch eine Idee, was kann man machen, wie man es wieder rauskriegt. Ich habe zum Beispiel einen Tipp bekommen, den habe ich leider immer noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen, von einer Kerze, die ich nicht rausbekommen habe. Und da wurde mir ein Tipp gegeben, dass ich das halt nochmal anders probieren soll. Das möchte ich natürlich auch ausprobieren. Das finde ich auch wichtig, dass ich da vielleicht irgendwann mal eine Chance habe, das Ganze ein bisschen leichter rauszukriegen. Bisher habe ich es dann immer mit warmem Wasser. Also bei Kerzen gießen hatte ich so eine Form, die habe ich nicht rausbekommen oder nicht so gut. Dann habe ich es mit warmem Wasser probiert. Und mir wurde jetzt gesagt, vielleicht funktioniert es ja auch mit Öl, wenn ich es vorher mit Öl einpinsel. Ob es funktioniert, wird sich zeigen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall alles noch vor Ort, kann es also auch ausprobieren. Ich möchte auch wieder, ich habe Silikonformen, die möchte ich gerne für die Seifen ausprobieren, weil ich die so schön finde als Seife. Und das möchte ich euch dann natürlich auch nicht vorenthalten. Ich will auch mal ausprobieren. Es passiert ja jetzt oft, dass irgendwie viele ihre Silikonformen so ein bisschen einpinseln mit den Farben vorher und dann bloß noch mit Klam oder mit einer Farbe aufgießen. Will ich also auch dementsprechend noch schauen. Und ja, hier ist das Erste auf jeden Fall. Das ist irgendwie so eine Zwischenlösung zwischen glänzend und matt. Und ich, wie gesagt, ich liebe es. Ich bin aber auch, wie gesagt, ein Leuchtturm-Fan. Ich mag das sehr. Ich hatte ja, als ich im Urlaub war in Warnemünde, hatte ich den Blick auch so ein Stück weit auf den Leuchtturm dort. Wer so ein bisschen Warnemünde kennt, weiß welchen. Ich meine, es gab ja auch noch zwei kleine Leuchttürme, sage ich jetzt mal. Aber ich meine tatsächlich den großen, wo man auch draufgehen kann. Also so hoch. Und ich liebe es. Ich mag Warnemünde sowieso. Ich mag die Ostsee sehr. Ich liebe dieses Rauschen des Wassers. Und es ist für mich einfach so etwas Wunder, Wunderschönes. Und ich würde dort sofort hinziehen, wenn ich eine Chance hätte. Aber die Chance hatte ich jetzt bisher nicht. Und dementsprechend bleibe ich hier in Berlin. Dann ist das auch so. Aber vielleicht ergibt es sich irgendwann mal, dass ich dann nach oben ziehe. Und vielleicht sollte ich dann alles im Homeoffice machen oder so. Dann glaube ich, wäre das auch am ehesten möglich. Und wie gesagt, für mich ist Warnemünde immer wieder eine Reise wert. Also kann ich euch nur empfehlen. Ich war damals im Strandhotel Hübner. Und sehr angenehmes Hotel. Sehr angenehme Mitarbeiter, die sich um einen kümmern. Der Wellnessbereich finde ich sehr, sehr schön. Der Blick aus von oben herab auf die Ostsee. Unglaublich schön. Und wie gesagt, ich fand es damals sehr, sehr schön. Und werde da bestimmt auch wieder hinfahren. Ja, hier haben wir jetzt den zweiten Leuchtturm. Und auch der hat so eine Mischung aus matt und glänzend. Und wie gesagt, auch hier ein unglaublich schönes Finish. Ich liebe es einfach sehr. So, dann haben wir noch den Anker. Und auch den, also ich mag den Anker sowieso. Ich habe mir jetzt letztens auch einen Anker als Piercingaufsatz geholt. Ich liebe ihn sehr. Und der wird demnächst eingeweiht. Spätestens wenn ich in die Hafenmartege gehe. Also spätestens dann wird er eingeweiht, damit einfach klar ist. Hier, ich bin ein Fan von euch. Ja, hier habe ich auch geschaut, dass eben das Weiße halt unten ist. Ich glaube, wer so ein bisschen das Maritime kennt, weiß ungefähr, was ich mir dabei gedacht habe. Damit das einfach so, so schön aussieht. Und ja, hier ist dann das Ergebnis von dem. Der hat oben logischerweise das Glänzende. Unten ist es matt. Und ich finde die Kombi tatsächlich ganz schön mit dem matt und glänzend. Ich würde wahrscheinlich das Matte diesmal bevorzugen. Aber auch da ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe jetzt hier, was ich jetzt so nicht zeige, da war so ein bisschen, was man noch abmachen konnte. Das habe ich dann mit der Schere abgemacht. Da hatte ich, es war jetzt aber nicht zu sehen. Aber das kann man, wenn es noch nicht komplett hundertprozentig richtig fest ist. Also wenn es nicht schon tagelang gelegen hat, kann man so eine Sachen ganz gut mit der Schere oder so machen. Und das ist so ein bisschen meine Bastelschere, wenn ich irgendwas abschnippeln möchte. Und ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und kommt gerne wieder. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020